Hallo ihr Lieben, ich hatte gerade das schönste Gespräch mit der Roswitha Petri für das Paradigm Wechsel Kongress. Also ganz toll, die Fragen sind so potenzial gecharged, also geladen und man kann richtig spüren, wie während dem Interview, das eineinhalb Stunden lang ging, die Energie auf eine höhere Ebene gekommen ist. Also ich bin noch total auf Wolke 7 von diesem Gespräch und ich möchte dich auch dazu einladen, mal reinzuschnuppern. Es wird im Oktober ausgestrahlt und ich bin hundertprozentig, hundertprozentig sicher, dass es dir sehr gefallen wird und auch du ganz tolle Einflüsse und Inspirationen dann von wegnehmen kannst. Ich freue mich, dich dann zu sehen. Bis dann. Namaste. Ich freue mich, dich dann zu sehen.